Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Mikrowellen. Der Qualitätssieger in unserem Mikrowelle-Test geht an die Samsung MWF 300G. Ersetzen Sie dank der Mikrowelle F300G von Samsung aufwärmbare Fertiggerichte mit gesunden selbstgemachten Mahlzeiten. Mit 20 Foreingestellten Kochmodi können Sie frische Gerichte innerhalb von Minuten genießen. Verbessern Sie Ihre Küche mit der stilvollen Mikrowelle F300G mit einer Vorderseite aus schwarzem Glas und einem Gehäuse mit Strichmuster und passendem Griff, einem kristallblauen Display und einem detaillierten silberfarbenen Drehknopf. Die Mikrowelle F300G verfügt über eine glatte keramische Innenbeschichtung, die leicht zu reinigen ist und mit der Zeit nicht zerkratzt oder verfärbt. Die antibakterielle und kratzfeste Innenbeschichtung ist langlebig. Erzielen Sie jedes Mal perfekt gekochte Gerichte mit dem dreifachen Verteilungssystem. Wählen Sie aus einer Reihe von vorprogrammierten lokalen Rezepten der Mikrowelle F300G von Samsung und genießen Sie vertrauten Geschmack mit einem einfachen Tastendruck. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Toshiba MW2. Diese Mikrowelle verfügt über ein modernes, zugleich zeitloses Design und passt daher gut zu unterschiedlichen Kücheneinrichtungen. Die praktischen Funktionen und durchdachten Details werden ganz gewiss ihre Erwartungen übertreffen. Funktionalität 2 Einfach zu bedienende Soft-Touch-Regler sowie ein gut lesbares Bedienfeld. Qualitativ hochwertige Ausstattung rutschfeste Füße und einen stabilen Drehteller. 5 Leistungsstufen für mehr Flexibilität in der Küche vom Warmhalten von Speisen, Aufweichen von Butter oder Auftauen, bis hin zum Kochen von Flüssigkeiten. Die einfach zu reinigende Oberfläche ist aus widerstandsfähigem Material und verfügt über eine kompakte Struktur. Die Oberfläche ist so optimal vor Kratzern und Verschmutzungen geschützt. Der Innenraum muss nur ein paar Mal mit einem feuchten Lappen ausgewischt werden. Noch nie war Reinigen so einfach und praktisch. Dank LED-Beleuchtung einer Energiesparenden und langlebigen Lösung im Inneren des Geräts ermöglicht diese Mikrowelle von Toshiba während des Programmvorgangs eine ideale Sicht und somit eine einwandfreie Überwachung der zu wärmenden oder Kochenden Speisen. Diese Mikrowelle verfügt über einen großen Innenraum und dennoch über eine kompaktere Größe als die Standardmodelle. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Mikrowelle-Test ist die Severin 2 in 1 MW 7875. Angefangen beim Auftauprozess hin zum Erwärmen oder Grillen von Lebensmitteln und Speisen steht Ihnen diese Mikrowelle immer zur Seite. An Ihrer Wunschstelle in der Küche platziert, öffnen Sie die Mikrowellentür dank des Griffs mit Leichtigkeit und stellen das gewünschte Funktionsprogramm bequem über die Drehregler ein. Oben warm, unten kalt kaum etwas verdrippt den Genuss der Lebensmittel mehr als nicht gleichmäßig warmes Essen. Durch das Rotationswerk und dem zugehörigen Drehteller wird dem entgegengewirkt und Ihre Speisen können in idealer Temperatur genossen werden. Der Grillrost ermöglicht Ihnen ein optimales Grillergebnis bei der Nutzung des entsprechenden Funktionsprogramms, denn durch die Erhöhung wird ein optimales Grillergebnis erzielt. Als 2 in 1 Mikrowelle steht Ihnen neben der Mikrowellenfunktion, zum Auftauen und Erwärmen, auch die Grillfunktion zur Verfügung. Wählen Sie je nach Gericht aus den neun verschiedenen Leistungsstufen die gewünschte Funktion und Wattstärke. Hierzu nutzen Sie einen der 2 Drehregler. Beide Einstellmöglichkeiten verfügen über eine gut lesbare und eindeutig gekennzeichnete Anzeige. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.